Das sind nicht einfach nur schwarze Linien oder irgendwelche Furchen. Wenn du ganz nah hinguckst, dann siehst du ganz, ganz viel Details. Der Fingerabdruck, er ist auch das Zeichen, dass du richtig einzigartig bist. Gott hat sich wirklich was dabei gedacht, als er dich gemacht hat und das hat er schon in diese Zeilen reingeschrieben. All das, was wir gesucht haben, egal ob es das Werkzeug ist, was dir vielleicht nicht gefällt oder ob es das große Loch in dir drin ist, was du nicht füllen kannst oder ob es die ganzen Dinge sind, die in dir drin sind, die nicht gut sind. Wir dürfen es alles vor das Kreuz bringen. Gott schenkt uns am Kreuz eine neue Identität. Er sagt zu dir und er sagt zu mir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, komm zu mir. Ich will dir eine neue Identität schenken. Ich gebe dir einen Wert. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich gewollt.